Heute, was geht ab Leute? Wir haben hier ein wildes Nidoqueen. Kann ich den mit einer anfangen? Ich glaube nicht. Neues Event wurde angekündigt. Kleines Mini-Event. Mehr dazu, nachdem ich dieses Nidoqueen gefangen habe. Schauen wir mal. Nee, nicht so. Ich habe auch keine Ahnung, wieso ich gelbe Berge werfe. Mein Gott. Wenigstens getroffen diesmal. Und Ich muss euch irgendwo absetzen. Wir sehen uns gleich. So. Schauen wir mal, ob ihr das noch bekommen. Das Klasse ist, das Nidoqueen hätte auch shiny sein können. Das ist zum ersten Mal der Fall. So. Das ist zum ersten Mal der Fall, dass Weiterentwicklungen auch shiny verfügbar sind. So. Aber so RV-Check. Oh. Gar nicht so übel. Hier könnt ihr auch bereits sehen, was alles während des Events spawnen. Pummelow. Pipi. Libiskus. Weiblich. Snubull. Und Pikachu natürlich. Und ja, eine Menge von denen gibt es jetzt als shiny. Unter anderem Snubull. Fehlt mir noch. Libiskus. Fehlt mir auch noch. Aber zurück zum Thema. Aber zurück zum Thema. Weiterentwicklung. Als shiny. Hatten die ja bisher nicht gemacht. Ich dachte eigentlich, weil, ja. Wenn man zum Beispiel jetzt Nidoqueen oder Nidorina als shiny fängt, da fehlt halt immer noch die Vorentwicklung im Pokédex. Und ich dachte halt, Nantik macht sowas nicht. Weil. Würde ich Nidoqueen zum Beispiel jetzt fangen. Wahrscheinlich. Dann würden mir die anderen zwei fehlen. Im Decks. Naja. Das wäre eigentlich ziemlich ärgerlich. Deswegen dachte ich, Nantik macht Nantik sowas nicht. Aber. Ausnahmsweise für dieses Event. Wir schauen es uns gleich nochmal an. So. Uh. Diese Nachricht sagt ein bisschen anders aus. Ich habe mir nämlich die APK runtergeladen. Damit ich direkt hier. Sieht ein bisschen anders aus. Damit ich direkt bereit bin. Wie check für den. Ihr wisst ja, 100er fehlt mir noch. Nee. So. Und zwar hier. Seht ihr direkt Sinn und Pokédex. Ist natürlich noch nicht eingeführt. Aber wer die APK runtergeladen hat. Dann hier bei Neuigkeiten. Das Event geht zwei Tage. Kleines Mini Event. Special Day. Für. Ja. Ich weiß gar nicht wie es auf Deutsch heißt. Es ist nicht der Weltfrauentag. Aber sowas in der Art. Nur heute und morgen. Und ja. Vermehrt weibliche Pokémon. Wie gesagt. Die ganzen Sachen. Pikachu. Pipi. Pummelow. Snoopull. Wohin genau. Und Nidoran weiblich eben. Ich habe noch nicht gehört. Ob ihr schon Nidoran weiblich. In Shiny habt. mit. Ich packe es jetzt erstmal. Zum. Aldi. Muss mein guter Arm wieder aufladen. So. Angekommen. Zugang vom Aldi. Ich zeig euch mal nicht meine Ausbeute. wie Tanzverbot. Aber. Hier haben wir noch ein Nidoqueen. So. Oh. Okay. Doch noch gefangen. Doch noch getroffen. Gefangen weiß ich noch nicht. Nein. Gefangen noch nicht. Aber. Ja. Zwei Events gleichzeitig. Das Psycho Event läuft immer noch. Bis zum 14. glaube ich. Und das hier. Wie gesagt. Zwei Tage. Ja. Okay. Schmeißen wir mal einen Hyperball. Seien wir nicht so. Mal schauen wann Nidoran männlich da kommt. Eigentlich. Diese gehören ja zusammen sind ein paar. Sollte der dann. Unmittelbar folgen. So. Saftige 20 Bonbons. und weg mit dir. Dann habe ich hier noch ein. Pandir gefunden. Also ich habe heute mehrere. Pandir gefunden. Den hier zeige ich euch. Ja. Leider nix. Also was heißt nix. Ich habe schon 98er. Mehrere sogar. Ich brauche nur noch ein. 100er. Naja. Und abgesehen davon habe ich auch noch einen Suikun. Den blende ich euch auch noch ein. Habe ich gestern Abend noch gemacht. Auch da leider. Nix allzu besonderes. Ja. Abgesehen davon. War es das erstmal für heute. Schauen wir mal. Das ist glaube ich relativ kurz. Deswegen. Ich beende das Video noch nicht. Schauen wir mal was so. Für Neuigkeiten. Für Sachen noch. Während des Tages reinkommen. Ja hoffentlich irgendwas geiles. Bis später. So. Genau wenn ich die Aufnahme stoppe. Ja. Da kommt das Glücks Pokémon. Habe es gerade noch entwickelt. Hat mir noch gefehlt in der Sammlung. Ich mache mal den RV Check. Ah ja. Ich bin halt nur 100er. Weil ich habe ja schon 100er Max. Dementsprechend baue ich den gar nicht. Auch wenn er glücklich ist. Leider in der Zwischenzeit. Keine Neuigkeiten reingekommen. Aber zwei Sachen habe ich noch für euch. Ich habe ja gestern Video aufgeladen. Ich meine Hübner 100% auf Max gepusht habe. Als Glücksbringer. Damit ich einen shiny Traumato bekomme. Und. Kurze Zeit später. Ist es tatsächlich passiert. Wo ist er? Wo ist der Kerl? Ich habe einen geklickert. So. Mit dem GoPlus. Irgendwann später dann. Am Abend entdeckt. Bam. Den entwickeln wir auch noch schnell. Und dann muss ich mich noch korrigieren. Ich habe am Anfang des Videos gesagt. Das Event dauert zwei Tage. Heute und morgen. Es dauert nur einen Tag. Und ist heute Abend schon wieder vorbei. Also. 88 WP. Gehört euch das Event. Versucht ein paar Shinies zu fangen. Und ja. Ich weiß nicht. Ehrt eure Frauen. Oder sowas. Abschließende Worte. Auf jeden Fall. Das war es von mir. Will mal liken. Subscriben. Kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mal auf Instagram. Facebook. Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht. Pokémon ist hier das Business.